Sportdirektor Maxi Eberl vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hat sich einer Darmoperation unterzogen. Es ist nichts Dramatisches, aber es muss gemacht werden. Leider eine Art Familienkrankheit bei uns, sagte der ehemalige Bundesliga-Profi der Bild. Ich muss neun bis zehn Tage im Krankenhaus bleiben und darf wohl bis Weihnachten nicht mehr ins Stadion. Der fünfmalige deutsche Meister ist in dieser Saison erster Verfolger von Tabellenführer Borussia Dortmund. Die Aufgaben von Eberl bei den Fohlen soll bis auf weiteres Scouting-Chef und Eberlassistenz Steffen Corell übernehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017